Hallihallo Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück bei Minecraft mit Baby Drachen. Hey, na? Und mit mir, hi. Hi, na, na, Puppe ganz allein hier. Ja, was haben wir denn da unter der Rüstung? Ist das nicht ein bisschen kalt? Wenn mir kalt ist. So, äh, ja, nein, ein anderes Thema. So, äh, und zwar, ähm, der Tertl hat hier derweil ein bisschen Obsidian abgeformt und ich hab mich hier eingebuddelt, weil ich mal kurz aufkaufe und hab währenddessen Diamant gefunden. Zwar bloß zwei, aber Diamant ist Diamant, so. Also, das Ding ist ja das, ne? Oh geil, ich hab ein rotes Miniherz. Du hast was vergessen. WTF? Jetzt klopfen wir alles auf ihr. Ähm, ich hab ein rotes Miniherz. Kennst du das? Ja, ja. Ja, kenn ich, kenn ich, ja. Hm? Soll ich dir das schenken? Schenkst du dein Herz? Schenkst du mir mein Herz? Voll ins Gesicht. Platsch! So, äh, genau, Obsidian und, äh, ja, die Frage ist... Oh Gott, das ist, das ist, das ist, das sag ich dir. Ähm, die Frage ist, wollen wir safety first und lieber erstmal wieder rausgehen und die Diamanten nach Hause bringen, oder? Oder machen wir hier einen auf Rampel? Rampel! Äh, ja. Schwer ist es nicht. Ja. Machst du ein Rampel? Mhm. Ja, das... Wissen wir ja, wie das eigentlich wird. Prinzipiell, ein, ein, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, sobald man Diamanten in der Tasche hat, ist man tot. Nein, das ist nur Krongslogik, weil er kein Glück hat. Äh, hab ich Glück. In dem Sinne und... Und vor allem, äh, vor allem hast du Glück, so oft wie du irgendwo runterstürzt? Also da hab ich Glück. Ah, na gut. Wir testen die Geschichte mal. Auf ihre Glaubwürdigkeit. Hier oben kommt ein Creeper, ein Skelett und ein... Ich bin doch ein Engel! Mensch! Du sagst sie nicht, oder was? Ne, 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 ich luppte das jetzt einfach mal. Mhm. Oh Gott! Nein! Ich hab noch gesagt, hier ist, äh, und so. Ich wollte bloß schnell die Lava wegmachen, damit ich hier nie... Hier oben ist auch noch ein Creeper um die Ecke irgendwo. Zumindest war er bis dato grad hier. Da oben ist er da. Was hat denn der auf dem Kopf? Hä? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der macht mir da viel mehr Angst, wie im Original! Ah! Hilfe! Hey! Ey, was machst du denn? Du machst das Wasser weg! Weg! Nein! Ah! Läger! Läger! Mit der Pick-Axt! Vor allem, da ist der voll die Flucht weg versperrt! Was stimmt denn mit dir nicht? Hier könntest du mir was zu essen geben? Ich sterb sonst! Was hätten wir denn gern? Also, Lachs-Cabbacho haben wir hier! Lachs! Warte, warte mal! Lachs! Warte mal! Ich kann dir das geben! Auf deiner Hose oder was? Was? Ja, ein Lachs! Also... Naja, es ist... Was brauchst du denn noch? Hier? Gut, 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 gut! Ich... Gut, 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 gut! Bravo, Lumpi! Bravo, Lumpi! Bravo, Lumpi! Gut, 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 gut! Was bist denn du hier? Verröses! Erz! So, tschau! Ich geh nach Hause! Wir wollen einen Nähter! Das wird die nächste Hürde! Das wird... Ich hab keine Lust! Schaffen wir das heute noch? Ne, ne? Ne, heute nicht mehr! Nächste! Ah, aber next! Next Folge, ja! Kommst du? Ich muss hier abbauen! Warte, Mario! Na, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Nein, nein, nein! Was denn nun schon wieder? Guck mal, ich hab jetzt Diamanten, verdammt! Warte, warte! Ich konnte was nie einsamen lassen. Was ist denn? Ja, man denn, ich muss abbauen! Ja, ich muss abbauehn! Was, was... Ich versteh grad nie... Lava! Lava, 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 Lava! und ein Krabbe zu Alta hat diese verkackte Lava geht jetzt so machen und selbst selber schuld so das macht mich nur wahnsinnig die so ich muss das mal in der Frau die Dauer entlernen weil ich konnte nicht nicht jetzt nicht das war so offensichtlich dass wir es hätten nie finden können dann waren wir hier schon mal irgendwie zumindest ist ja ne Fakten jetzt müsste hier kein Plan rumirren, das wäre ja lustig ich will nie mehr in der Höhle sein, ich will nach Hause sein ich will nach Hause hier ist überall Lava ich will nicht mehr, hier gibt so viel Lava hm 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 da war ja schlau da war ja schlau da war ja schlau der Kriper war gruselig der war cool man, der hat Geschmack trotzdem war er gruselig hmm naja, wir werden alle sterben also, äh, theoretisch, äh, wäre ich ja dafür, dass wir es diese Folge noch rausschaffen, kriegen wir das hin, oder wollen wir, oder, 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 oder wollen wir uns doch noch ein bisschen aufhalten hier, weil mein Rucksack wird er langsam ein bisschen voll, würde ich könnten aufzeigen, genau, das Problem habe ich auch langsam, ja gut, ich habe meinen zweiten Rucksack, ist ja nur Kram drin, was nicht so wichtig ist, weil deswegen ist es in dem Rucksack, der auf dem Rücken klebt, aber, ähm, aber, guck mal, wir sind jetzt hier auch eine Runde gelaufen, das heißt also, ich bin jetzt hier vorne bei diesen, ja, hier sind wir vorhin ah, ja, hier ist diese Mine, wieder wir gehen jetzt gleich hoch, ich würde das nochmal kurz hier rein, kurz reingucken ey, wo ist denn hier rein? ja, nur mal ganz kurz, nur mal anloggen, nur mal kurz gucken nur mal gucken, nichts anderes nur mal gucken da kommen wir da auch wieder bloß vorne raus, oder? hier wollen wir schon hier ist aber eine Redstone im Boden Rotstein und verröses Erz so komm, heben wir uns jetzt los ok, geht los, heffen ich wüsste es nicht na, ich war ja gerade schon hin, wir uns aber stuft denn nee, den nächsten Du jetzt lang na, wir zurück komm her gut, 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 gut warte mal bevor wir weitergehen ist irgendwann schleimig äh nam 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 hier oben, wo ist hier ein Creeper, da könnte uns bestimmt klaufen kommen schnauze äh, wir sind ja vorhin irgendwie so halb runter gefallen up up so irgendwo, irgendwo ist hier ein Creeper und schleimig, da ist ein schleimig aua Hier ist der Creeper. Hier ist das... Oh, hallo, Schleimi. Hallo. Brenn! Wo, 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 wo? Gut. Hintet ihr? Hui! Hi! Müssen wir hier zurück, ne? Wir müssen, um genau zu sein, hier zurück. Mann, jetzt nicht! Was? Anruf. Oh Gott. So, ne, nicht nur den Anruf, sondern war hier wieder. Auch nicht. Hier ist immerisch. Irgendwie war das aber hier ist ein Creeper irgendwo besucht. Ich weiß, was gerade nicht mehr. Ah, guten Tag. Hallo. Hallo, schreckt mit Ihnen. Ja, genau, hier sind wir vorhin runtergekommen. Oh, ich habe gerade gestorben bin. Das, äh, weiß ich nicht mehr genau. Durch dein Schwert. Guck mal, und vor allem, weißt du, was lustig ist? Hier wollen wir noch nie, aber hier ist glaube ich... Nee, hier ist keine Sackers. Oh, okay. Und da hinten ist nochmal so ein Scheiß-Spawner. Hilfe! Oha! Äh, bin gleich wieder da. Mhm. Oh Gott, okay, Spawner ist kaputt. Ich will bis gucken, ob die irgendwas geschützt haben. Und mich einen Haufen Spinnenweben. Das ist gut, mit Fahnen. Mau. Ach, sü, das war ja nickel. Also, wie viele Spinnenweben zum Teufel. Gut, sonst, Pawner. Hoden. Ich, da, bei uns... Das ist ein Mann. Bitte. Das ist ein Mann. Warte. Da, warte. Oder, warte, warte, warte. Muss man fix und weg und wünschen. Das ist ein Mann. Du kommst jetzt gucken, jetzt zu uns. Du wärst, wie es ist. Lass mal kurz gucken. Das ist jetzt nichts Verwärmliches. Ja. Ja, nein. Oh, weg, weg, weg. Komm weg, weg, weg. Giftspinn. Noch ein Spawner. Siehst du, ich wusste es. Tschüss. Aber der war echt doof gesetzt, deswegen wollte ich jetzt erstmal weg. So, gerade. Ja, richtig. Und jetzt ging es ja irgendwo links hoch. Hier, hier so. Hier so hoch. Nein. Hier so. Dann runtergefallen. Dann hier so. Hier so. Hier so. Hier so. Und da ist er. Wo ist es denn? Ungefähr. Ach doch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Boing. Hier so. Ja, nee. Du musst mir auch nicht hinterherlaufen. Ist ja auch Quatsch. Wenn wir den Weg kennen. Bitteua. Ah, setzt davon. Warte mal, ich habe dich da irgendwie Weg hochgebaut. Hier so. Hier so. Hier so. Na, ab durchs Wasser nach oben. Irgendwie. Ab durch die Hecke. Ja, das auch. Glück, 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 Glück. wo bin ich in der Schildkirche und der Spielweg wir sind schon wieder nach draußen ist oder gerade wird oder doch ist es nacht Prozent heim Prozent wir haben ja ich keine Ruhe Katze hier ist er noch mit roten Augen und er meinten man so besoffen oder so alles habe ich dich jetzt tatsächlich wieder getroffen müssen wir jetzt lang ungefähr das Problem ist ich würde gern was sehen und ich würde gerne kämpfen können wegen in der Weisbeid das Sinn macht nachts was sehen und kämpfen können oder klingt das so also nicht was ich will mich im Prinzip der Grunde bei uns wenn sie ganz aber nah dran 2 2 schön anzünden hier ist noch einer Hi Diggi Du hast Feuer gemacht Du hast Großfeuer gemacht Oh, Hi! Ach! Oh, Ziege getroffen Oh, Scheiße Oh, das war ich Oh Gott, haha, hallo Ey, wenn es weiter so läuft, sterbe ich Was ist denn? Wo bist denn du? Komm doch mal her, hier Komm her, her Gollum, 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 Gollum Ich hab dahinten Gollum zu oder sowas gesehen Und bist du, wo noch hier bist Da, das ist ein Gollum, wo noch hier bist Ja, der ist kacke Ich will so sterben, so Hat nur ein Goldbar, ähm, glaubt, das ist sinnlos So, der muss ja mit der Pickaxe kaputt machen, wäre doch so Keine Ahnung, aber der droppt ja dann das, was dort ist Egal, dann lassen wir Ich glaub, der muss mit der Pickaxe sogar töten Ich glaub, das war so Das Problem ist gerade, ich hab null Orientierung Ich weiß nie, wo wir ungefähr lang müssen Hier lang Oben lang Oben lang Oben lang Wo, 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 wo bist du? Im Wasser Bewater, my friend Mach du Woah Mach dir wird geschissen Ey, geschossen Gut Da, 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 da Hui, hui Ihr trefft mich eh nie, ihr Arschbögen. Plansch, 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 Plansch. Au! Bin da. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Vieh mit irgendwas auf dem Kopf, oder? Dr. Who. Tschüss. Wo bist du? Hinter dir. Au, au. Au, Spinne. Ah, du Mistvieh. Zwei. Au, 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 au. Das werden doch alle bescheuert, ihr. Geh, sterb. Alter, freie Fläche ist echt so kacken mies. Hallo, geh, sterb. Au, au. Wo bist du noch? Alter. Können Sie mal Portiere helfen? Alter, wie hier denn noch? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab da drüben irgendwo auch eine Hexe gesehen. Das muss man sowieso nicht. Alter, ist ja gut. Ei. Hä? Guck mal da so eine geile Brille auf. Pass auf, die Hexe kommt. Achtung, geh weg. Mutti, Mutti, geh, sterb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wollen wir jetzt zurück noch? Richtung Heimwurz? Wo ist ein Heimat? Da heißt Heimwurz? Okay, halt. Ich bin ruhig. Ah, du, 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 du. Ja, die machen, kaputt, machen die. Komm, weiter, weiter, weiter. Ach so, Spinne. Ich renne hier. Ja, das ist mit dem Essen dann ein bisschen schwierig. Hinter der Spinne. Ich würd sie dir gerne abnehmen, aber ich muss sie hochhüpfen. Oh, ich hab immer Angst, dass ich dich treffe. Ey, das ist schrecklich. Oh, ist das aufregend. Mein Herz. Oh, guck mal, da drüben. Was? Was? Ah, ich kann dir nicht helfen. Ich will dich nicht treffen. Du hast ein Goldschwert an der Hand, ne? Was willst du? Hoffentlich. Nee, ich wollte es dir sagen, weil du gerade nicht gegen einen Wehrwolf gekämpft hast. Aber hier erinnere ich. Alter, geh. Legg mich doch am Arsch hier. Hallo. Macke. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Reden mit mir. Komm, reden mit mir. Zombies. Gut. Ah, noch ein Zombie. Wo denn? Wo bist du? Ich hab dich verloren. Hallo. Ich sterb doch gleich. Ist doch gut. Ach, dort. Warte. Bin unterwegs. Oh Gott, jetzt hörst du, ist ein fettes Loch gefallen. Wo bin ich? Halbes Herz, halbes Herz. Oh, jetzt. So ein verkacktes Wildschwein. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Oh, nee. Oh, ich wär von der Ratte gebissen. Oh, ich wär von der Ratte gebissen. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist es zu spät. Entschuldigung. Weißt du wo? Ungefähr. Ich könnte mal den Baum einzeichnen. Worte. Bei den Baumes. Ich hab jetzt kein Atlas mit. Schon nämlich das sonst zu zweit und jetzt ist ihr, ne? 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 Mein Gott, ey. Ist Wildschwein. Oh, nee. Was machst du jetzt? Ich kann deine Sachen halt nehmen. Oh, ich kann deinen Rucksack nehmen. Das ist richtig. Oh. Wenn ich könnte, könnte ich dich nicht nehmen. Jetzt hab ich. Alles gut. Ich kann mal kurz mein Inventar-Eugend versuchen. Noch ein bisschen. Das kann mein Rucksack, das noch, das noch. Was macht das noch? Du, 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 du. Ach, Herzchen. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Die komischen Geräusche hier überall. Welche Geräusche? mehr auf eine irgendwelche Fischer hier so hier tut und tut drin was er immer tut die Klinik werden wir hier und schuss die Türen das ist ein Rucksack müssen jetzt her alles gut ich dachte ich bin jetzt im Kreis gelaufen ohne ein sie haben Traubogen abrucke mc das Schweinchen ich bin wirklich im Kreis gelaufen n und ich bin ja zu Hause hier an dem Silberwood lief es müssen müssen Höhle gewesen Schäfer 8 2 Gero gut ich bin gerade wieder zu hause angekommen das ist das ist keine höhle ich nehme da mal ein bisschen kohle mit kein stress alles guck mal da kriegst du den ersten schub von xp werden und dann ist wieder alles hübsch abwärts in den hübsch hübsch aber die schütteln nach dem an das ist anders sein ach das wird schon ich wollte er meine rüstung geben du willst alles gut ist auch mit der rüstung der strafft gegangen irgendwann es wurde erklärt auch jetzt und das war echt bloß das wildschwein was sich da gepiesackt hat und die raten die ich schon mal abgekriegt habe irgendwo muss das ja hier schon sein ach ne ich muss immer dort rüber stimmt genau dort sagen können wenn du mich gefragt hast theoretisch glaube ich bin gewesen sein ich sehe schon mal meinen die lichtstrahl naja sie sind es ist schon mal umgekehrt die strahlen nein ein Baki Bär der Baki Bär ich weiß Kinsen Baki Bär der Kündigte das Prozent Kortier gewissen der Baki Bär der Baki Baki Bär der Boogie man das ist ja wieder was an ja das ist der Baki Bär er hat sie müssen mit der mit der Erde im Boden hat es ein bisschen gehabt ja das ist Skorpion was macht der Skorpion der sticht oh nein echt machen das gut warum ist denn der tagsüber aktiv was machen warum macht der sowas der hat ein Schwein getötet ist du sicher vor meinen Augen schon ein Video da greift mich nie an oder doch die das ist man schon nennen und so richtig greift mich nie so richtig an also kürzen jetzt auch prinzipiell erst mal nie wenn er mich nie angreift ich stehe ich das ist nur alles was mich tötet das muss ich töten ich hab dann Rucksack übrigens von um und es hat Blub gemacht um um das war so ein Schwein so ein Schwein ey so um die 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 hier unter dem ob sie den Pillarwohnung ist so n jetzt in den Führungsgesagten im Leben die Stoas in der Folge in der Wüste hast die Pyramide zuerst gefunden in der Ferne hast du so richtig so irgend gesehen da seid ihr hin da hast du es aber nur so angeguckt aber drunter musst du bau er war hier auch eine ist deswegen frage ich ja das ist ja vermisst kraft da ist keine da ist nur wenn du den Kopf abmachst kriegst du was da ist das sind sie müssen so eine Not drin ist wir haben die Picker auch rar auch an die Idee gesellen in der Serie und lieber lassen kann sie zwar auch abbauen den Kopf dann kriegst du dann solche Fragmenten Prozent aber ich würde es eher die Augen behalten hat er kannst du deine Zauberstäbe dann aufladen ja wie gesagt wir haben das schon okay Hermine alles klar danke für den Tipp cool Wingardio Livia Liviosa nicht Livia ach keine Ahnung Wingardium Liviosa ja genau das meine ich nur genau das weiß ich aber auch nur weil ich erstens die ersten zwei Filme im Kino glaube ich damals gucken musste und dann habe ich es um und dann habe ich den ersten zweiten Teil von Harry Gott auf der Plästischen 1 gespielt was mich damals zu Gott zur Verzweiflung gebracht hat teilweise das war auch schrecklich manches so schlimm ja manche Stellen waren echt zu kotzen das habe ich mit einem Kumpel damals mit einem Hauskumpel habe ich das gespielt das ist ja geil Prozent Prozent haben wir das zusammengezockt und wir haben uns dann immer abgewechselt sind alle Bälle ausgerastet n guck mal für die geile Höhle immer nach Hause für die für die hier ist eine Höhle in der Höhle ich gehe dann mal die Wunde Lalla die Bist du Lalla da bist du ja Lalla da bist du hier Lalla Mian Mian hier ist auch eine Höhle ist schön da ist noch ein fetter Berg da ist noch ein fetter Berg äh bis jetzt alles gut alles gut alles gut ich dachte jetzt nur da ist ein vorne nein ah da ist kein Sporn nein nein ich wollte nur mal kurz gucken ne ja nur mal gucken das Gucken das ist immer so eine Ansichtssache die gehen nämlich gerade anders aber ich müsste hebenflinzen und du ist so kein Problem ich hätte einen Atlas dabei die laufen genau drauf zu eigentlich also ich gerade eigentlich hier rechts am Berg vorbei oder über den Berg es wurscht ich gehe über den Berg und dann leicht links äh leicht rechts Entschuldigung Rund 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 Schilder schnell gucken was hier von Spontomus Rund 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 von Rund Rund mit cens. h r Paris ausgel metern dass existiert powerless nach ượng orientierend Hast du an? Ja, ich hab jetzt nicht ausgemacht. Warum Spoonty nicht? Die kommen bestimmt erst nachts. Monster kommt auch eurer Nacht. Okay. Ich brauch mal kurz was zu essen. Snacken, die snacken. Ja, und jetzt wird's nämlich auch gerade abends. Ja, da kann man ja gucken. Die sind böse. Ja, da kann man ja gucken. Die tun weh, die tun auch. Ja, da geht man in sichere Entfernung. Guck hier oben auf dem Berg. Ich will sie da bloß mal sehen. Also sind wir bei 32 Minuten. Wo bist du? Genau auf der anderen Seite, ich komm zu dir. Ich will nur mal kurz gucken. Das macht voll das gruselige Geräusch, ey. Wann sie sich spawnen da jetzt? Na, eigentlich schon, warte mal. Na, nee, lass noch mal. Ja, sie kommt schon, ich höre sie schon. Das wie jetzt öchtet. Die Mann so krank. Keine Ahnung, ganz komisch. Ich will sie sehen. Zeigt uns. Na, komm, Spoonty. Spoonty wird eine Special-Folge, die wird ein bisschen länger. Hallo, Spoonty. Die Spoonty sind in der Liste. Hallo. Ja, du wirst schon, dass aber andere Monster theoretisch jetzt auch kommen können. Ja, die reden aber ich mir schon. Was? So haben sie denn? Ja, na, hallo. Das ist ja ohne geile Gegend ja eigentlich, ne? Schwer ist. Aua, Aua. Hexe. Oh, jetzt, Lichtl ist da. Aua, Hexe. Ja, bin unterwegs. Ach so. Die, 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 die vier, die vier, die vier Schuhe, die vier Schuhe, die Vierer Ma-Familie ist da, Münzen. Wegen dieser Ohrgut, 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 Ohrgut. Ja, ich, Ohrgut. 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 Vilowwitzen. Ein halbes Herz. Hui. Ich habe nämlich kein Essen mehr. Oho, 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 oh, 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 ohui, uh, oh, 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 ülke weg. Oh, 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 halte. Das hätte mir gerade ein bisschen angst. Können wir gehen? Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Kommt dann mal ein Stückchen runter hier. Sofort. Wir sind gerade wieder ziemlich gemischt. Mach zu. Warte. So. So. Machen wir kurz hier uns einen Zwischenpunkt. Weil die Folge ist ja eh zu Ende. Ähm. Ja. 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 So. So. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüssi.